Musik Mir kraut's davor Ach ja, nur Mut Ja, nur Mut, sagt sie da in ihrem jugendlichen Leichtsinn Ja Naja, wir haben das andere auch alles geschafft Wird das doch werden Ich mach mir hier erstmal Material, was ich alles brauche für die Wölbe Musik Musik Tja Ähm Da muss ich doch wahrscheinlich auch wieder Ich muss erstmal meine Kissen lernen Äh, mein Inventar lernen Säulen hochziehen Du hast aber auch noch nicht auf 1,13 Upgradet, ne? Ne, gibt's das? Anscheinend, ja Ja? Mhm Ah, nö, hab ich nicht Ich hab nur Optifine Upgradet Ne, da hab ich jetzt Ähm Am letzten Mal Ich die Meldung noch nicht Dass es da was Neues gibt Deswegen hatte ich ja auch nix gemacht, ne? AD 8 Irgendwie Mhm Das muss jetzt irgendwie Ähm, rausgekommen sein So, du noch Und Euch verteil ich So, jetzt hab ich die und die und die Nehm ich mit Zack Ach, falsche Kiste Hier kommst du hin So Quats Ähm Ich mach mal sicherheitshalber noch eine Schaufel Der Schaufelverbrauch ist ja immer Enorm hier Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen Nur ein bisschen Wird schon fast überbewertet, seine Schaufel Ja, man kann ja auch zu Fuß runter, ja Ne? Hier sind noch 8 Glowstones Kommt mir wenig vor Wir hatten doch mal 10.000 Glowstones geholt im Nether Sind die in irgendeiner Kiste? Ich hab ja Glowstones auch gebraucht, ne? Meinst du, die sind schon alle wieder verbraucht? Nein, 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 alle nicht War die hier in der Kiste geboren? Ne Die sind in der Kiste, ähm Ach, hier oben, wa? Oder? Nicht ganz oben Und zwar, wenn du zu diesen ganzen Truhen gehst An der Treppe Ich glaub, die zweite Truhe Da müsste Glowstone auch drin sein Na, die Truhen hab ich ja gerade geguckt Ich hab jetzt erstmal 8 Das reicht ja In diese Gewölbe kommt ja bloß einer Ob ich 8 Gewölbe schaffe, wage ich zu bezweifeln Also Also ich hatte Wie viel hab ich verbraucht für mein Rathaus? Ach so Ach so Das Da hab ich ein paar gebraucht Ah Ja, da hab ich sogar Ah, ne, ist ja noch gar nicht da, die Folge da Talia 81 Huhu, ihr beiden Hallo, Talia Tabu Hallo Grüß dich Tabu Schön von dir zu hören mal wieder, Mensch Altes Haus Schnetzel, geh auf Seite Mensch Ja, ist jetzt die Frage Soll ich eben in den Neta gehen? Nein Gott des Willen Ach, jetzt hab ich die ganze Erde abgelegt Und brauch aber doch ein bisschen Woll So am besten Aus Dann Ja, versuchen wir's mal Ähm 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 Aber zählen muss ich Ja Mal gucken Hab doch versprochen Vorbeizuschauen Ja, das hast du Der schaffst du Und wenn du beim nächsten Mal nochmal wieder mitmachen kannst Dann Ist alles geil Ja, das wär ja mal was Das wär ja mal wat Dann Dann Gut jetzt und wieder alles fort hier wieder alles abreißen was hast du so am Wochenende gemacht? Ja, ich hab ja den Heimdom abgerissen wie den Heimdom ja, ich hab den Dom wieder abgerissen ja, echt jetzt? Ja, ja, musst du mal gucken gehen erstmal so voll verarschen zu tun als auch mal den richtigen Dom abgerissen hat ja was glaubst du, warum da ein Gerüst steht? genau steht nicht umsonst und warum ist das jetzt eins höher? kann mir das einer verraten? nein weil ich es falsch gemacht habe darum ist es eins höher so, ganz einfach machst du wieder alles falsch? ja ach, schon wieder alles falsch tut das denn not? nee, das tut nicht not aber da sind wir voll Profis drin ja falsch bauen und dann abreißen müssen ja und meckern nein so was würden wir nie tun dann kommt jetzt das nochmal da drauf dann müssen wir ähm eins höher so ich hätte gar nicht so viel abreißen müssen gut so höher und die Fenster machen möchten auch eines Tages wahnsinnig ja was willst du machen? das ist so so doch wohl das ist nicht fair so jetzt habe ich hier einen irgendwie gearteten Bogen gebaut da 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 kommt jetzt mal braunen ob das aussieht da könnte ich jetzt mal roten da braun und da oranje rot oranje hat man gesagt wir lassen das hier an den schwierigen Bögen weg ja hatten wir gesagt dann lasse ich das auch weg das sieht nämlich auch scheiße aber was das sieht gut aus hast du gerade gesagt dann lassen wir das eben auch hier mache ich es mal hin so und dann muss ich von da aus ja schön ne jetzt so dann kommt braun klar der muss natürlich jetzt weg oh ich habe die Silk Touch Gott sei Dank mit da ist ja auch ein zweier Fenster wo ein dreier hin müsste versuchen mehr haben ist und ich Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe ich gerade bin. Doch, ich baue einfach mal. So. Hier muss dann noch ein Glas rein. Okay. Das macht die liebe Steffi. Wie ist der Glasermeister hier? Ja, ja, klar. Ich mach das. Kein Ding. Nein, beides mal die gleiche Färf. Nicht gut. So. Ist das ja gerade am Ruckeln gewesen. Ich hatte gerade kurz das Standbild gehabt. Ich denke, was? Das ist immer spannend, wo man dann hinterher landet. Oh ja. Oranje. Rot. Brown. Oranje. Rot. Kacke, ich hab nicht mitgezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 15 waren die, ne? Ja. Fenster, ne? Ja. Okay. 15, 18, 13, 12. Okay. Ich hab zehn sein sollen. Ich hoffe. Kommt jetzt hier. Rot. Rot. Braun. Orange. Rot. Orange. Orange. Kommt jetzt hier einfach zu. Kommt da. Rot. 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 Daraus soll ich jetzt ein Gewölbe bauen. Nicht gut? Ja. Spannend. Durchaus spannend. Okay, jetzt gucke ich mir mal an, was ich da so fabriziert habe. Ah, gemeißelte habe ich sowieso gerade nicht mit. Gut, dann buddel wir uns mal nach Ohn. So. Tralalalalalalala. Ach, noch. Schrift reiz. Hm, gut, da dachte ich nicht mehr so, ne? Euer Gnaden, hei, na? Du siehst so anders aus heute. Ja, ich bin nicht Carsten. Heute streamt mal die Steffi. Die Judo Voltra. Aber wir kennen uns. Ja, zwar kennst du mich noch nicht so vom Sehen her. Aber wir haben ja auch schon miteinander geschätzt, kann man dazu sagen. Ja, ich glaube schon. Gerda. Ja, was ist denn los? Was ist denn? Wo bist du? Unten hier, ich komme zu dir gerade. Unten hier. Richtig um. Ja. Guck mal. Wum. Ja, ja, und, und, und? So, also ich habe das jetzt bis nach oben geklöppelt. Äh, warte, da muss man ja auf die Treppe gehen. Das muss ja über die Erdplattform hinaus, ne? Ah, die Schnodderschnauze, boah. Ja, die Schnodderschnauze. Ja. Bis, bis jetzt gerade nach oben. Ja. Schön. Super, prima, bestens. Ja. So muss das, ja. Klar, jetzt fehlt ja noch das, ne? Hier. Die, die Säule. Aber ich habe jetzt keine gemeißelten mitgehabt. Warte mal. Ich habe welche. Welche soll ich dir? Warten. Ja. Das, das, das. Reset. Soll ich dir welche geben? Fragefuß, Gänsebein oben. Okay. Da. Merci. Für hier. Dann mache ich noch welche. Äh. Oh, mein Zaun wird auch nicht halten. Ich muss gleich sowieso wieder, Runga. Bis wohin muss ich denn das jetzt eigentlich ziehen? Warten. Die Säulen. Ah. Weil wir müssen... Erst mal bis zu diesem, ähm, wo die Fackeln drauf kommen. Okay, das reicht ja dann schon so, weil wir müssen... Hast du, hast du Stufen dafür? Ne. Ich habe ja, das war ja jetzt alles unverhofft hier so. Ja. Kommst du? Kommst du her? Kriegst du Zaun? Dankeschön. Kriegst du Stufen? Dankeschön. Es ist angenehm, mal eine weibliche Person ohne übertriebenen Ausschnitt und Make-up zu sehen. Ja, dankeschön. Ähm, klar, ich kann das auch, aber... Sitze ich eigentlich richtig hier so in der Kamera? Ähm, aber nicht im Keller und so. Also, Make-up. Hier ist so richtig schön tief ausgeschnitten. Ich dachte gerade im Keller. Ähm, da, nein. Okay. Da brauche ich es doch muckelig warm. Aber wenn ich rausgehe, klar, dann habe ich auch Dekoté und... Ne? So war es all. Was so dazu gehört. Aber nicht, wenn ich, ähm, streame. Das ist, ähm, eine schöne Decke. Die habe ich von Carsten letztes Jahr. Also nicht... Ne. Die haben ja 2018. Quasi vor zwei Jahren Weihnachten gekriegt. Und das ist eine so mit, ähm, Ärmel. Richtig cool. Die hält mich schön warm. Ich habe zwar hier eine Heizung hinter mir. Aber bis die hier diesen großen Raum... Wie groß ist der Raum? 30, 35 Quadratmeter, bis der mal aufgeheizt ist. Das dauert. So. Ja. Ne, doch einen höher. Mann, was mache ich denn hier gerade? Ich meinte halt im Steam. Ja, ja. Im, äh, Stream habe ich, ähm, selten, ähm, dass ich freizügig, ähm, sitze. Ne, habe ich eigentlich selten. Da muss angenehm sein. Beim Zocken. Überhaupt habe ich, wenn ich, ähm, zu Hause bin, gerne so... So, ich sag, ich nenne das gerne so Gammelklamotten. Ja, einfach, ähm, Jogginghose, weißt du, was legeres halt, ne? Pullover und so. Das ist echt ganz angenehm. Hör uns, äh, das kann ich ja gar nicht, ähm, rummachen, ne? Rotten, wie den Rottenboden. Die Säule oben, wo die, ähm, also diese umgedrehten Stufen. Ja. Da, sonst können wir nämlich kein Fünferfenster machen.